Was man hier in jedem Fall machen kann, ist ja praktisch hier ein Deckel, dass man von da noch mal gucken, wo es ist, weil komischerweise, als Blüten ins Selbige, das ist auch nicht gut. Da ist aber hier dieser gelbe Punkt, denn normalerweise, wenn man da sitzt, wo ein Augenhälder überträgt, ist kein gelber Punkt, da muss noch einer sein. Genau. Darum war jetzt das Wald immer verbirgt. Ja. 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 Ja.